Im Juli 2015 bekam ich einen interessanten Anruf von einem britischen Journalisten. Er sagte mir, er hätte eine fantastische neue Quelle gefunden und er bräuchte jemanden, der das in den historischen Kontext setzt. Und das war natürlich für mich interessant. Ich sagte zu ihm, e-mailen Sie mir das einfach. Und er meinte, nein, das Dokument ist zu brisant, ich komme bei Ihnen vorbei. Und er zeigte mir dann auf seinem Handy eine kurze Filmsequenz in schwarz-weiß, 1933 oder 1934 aufgenommen. Sie spielte im Garten von Belmoral und da gab es ein kleines Mädchen, das wir heute als Elisabeth II. kennen, ihre Mutter, Queen Mom, und ihr Onkel, Edward VIII., der spätere Herzog von Windsor. Und alle in diesem Film recken den Arm zum Hitlergruß. Und für mich war das interessant, weil es ein weiterer Mosaikstein war. Denn in Hitlers heimliche Helfer hatte ich schon sehr, sehr viel recherchiert über Edward VIII. Unter anderem hatte ich zwei Quellen, spanische Quellen und russische Quellen, über seine Verstrickungen mit Hitler. Und die belegten ganz klar, dass er unter anderem verlangte, in einer Diskussion mit einem spanischen Diplomaten, dass Nazi-Deutschland Großbritannien, also sein eigenes Land, bombardieren sollte. Und dass er anscheinend nach einer russischen Quelle auch mit Hitler über eine Allianz 1940 diskutierte. Das passte sehr gut, denn mein Buch geht vor allem um diese Verstrickungen in den 30er Jahren von Manarchien, aber auch von Adelshäusern mit Diktaturen, nicht nur mit Hitler, sondern auch natürlich mit Mussolini und auch mit anderen Ländern. Das Buch heißt Hitlers heimliche Helfer und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer sind diese heimlichen Helfer? Damit meine ich Leute, Privatiers, die von Politikern benutzt werden, um geheime Verhandlungen zu führen. Warum nutzen Politiker solche Leute? Weil sie natürlich die Diplomaten für Geheimverhandlungen nicht benutzen können, weil dadurch alles offiziell wird und alles verschriftlicht wird. Und diese heimlichen Helfer hat es immer schon gegeben. Es ist also jetzt nicht etwas, was nur in Diktaturen auftaucht, sondern, wie das Buch zeigt, über einen langen Zeitraum, schon vor dem Ersten Weltkrieg stattfindet, während des Ersten Weltkriegs und in der Zwischenkriegszeit. Heimliche Helfer waren vor allem Adlige. Und warum waren das Adlige in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts? Weil sie einfach die besten internationalen Kontakte hatten in alle europäischen Länder. Deswegen haben sie Monarchen benutzt, haben sie aber auch gewählte Politiker benutzt. Im Buch kommt Chamberlain zum Beispiel drin vor und natürlich auch Diktatoren wie Hitler. In dem Buch wird gezeigt, dass sie zu positiven Dingen benutzt wurden, wie zu Friedensfühlern im Ersten Weltkrieg, dass sie dann aber auch natürlich für schmutzige Sachen benutzt wurden. Und das ist vor allem in der Zwischenkriegszeit natürlich ihre Arbeit für Hitler. Und womit wir wieder bei den Rolls sind. Denn das ist am Ende des Buches auch immer noch die große Frage, können wir jemals diese Papiere sehen? Denn die Royal Archives und alle anderen Archive von königlichen Familien versperren uns immer noch bis heute, dass wir gute Forschung machen können und dass wir in diese Archive kommen, um die Papiere der 30er Jahre zu sehen. Dass wir sie sehen müssen, um ein Bild über die Beschwichtigungspolitik und über die ganzen Verhältnisse der Monarchien zu bekommen, das ist natürlich absolut essentiell. Und das ist etwas, was auch in Hitlers heimliche Hilfe verlangt wird.